Moin moin und herzlich willkommen im Copter College. Vor einigen Tagen ist der Unique Typhoon H endlich rausgekommen. Die ersten stolzen Piloten fliegen schon mit ihm durch die Gegend. Zwei Videos dazu habe ich ja inzwischen gemacht. Einmal das Unboxing und dann einmal den Zusammenbau. Welche Frage ist mir in den letzten Tagen am meisten gestellt worden? Die Frage, welcher Copter ist besser? Der DJI Phantom 4 oder der Unique Typhoon H? Ja und genau die Frage möchte ich jetzt versuchen zu beantworten. Eins kann ich schon mal vorweg schicken. Ich werde euch keine klare Kaufempfehlung geben können, denn beide Copter haben ihre Vorteile, beide Copter haben auch ihre Nachteile. Also es ist am Ende eine Geschmacksfrage und eine Frage, welche Aufgabe ich mit dem Copter lösen möchte. Fangen wir mit dem Äußerlichen an. Man sieht es schon auf den ersten Blick. Der DJI Phantom 4 ist etwas kleiner, etwas kompakter und ist außerdem ein Quadrocopter. Der Unique Typhoon H ist ein Hexacopter und auch etwas größer. Ich mache mir jetzt hier mal so ein kleines bisschen Platz vor mir, damit ich die auch nebeneinander oder hintereinander stellen kann und ihr den Unterschied noch ein bisschen besser erkennen könnt. Ja, das ist einmal der Typhoon H und jetzt stelle ich dann den Phantom 4 einmal davor und dann seht ihr schon, naja, ich will nicht sagen, der verschwindet unter dem Typhoon H, aber ihr seht schon, der ist deutlich kleiner als der Unique. Wer jetzt sagt, prima, dann kann ich den besser transportieren, der hat ja hier eine ordentliche Spannweite. Ja, das ist richtig, aber eins solltet ihr dabei auf jeden Fall berücksichtigen. Beim Typhoon H habe ich die Möglichkeit, die Arme entsprechend einzuklappen. Das heißt, ich kann den gesamten Copter ein klein wenig kompakter machen für den Transport. Ihr seht, jetzt sind die Arme eingeklappt. Wenn ich jetzt den Phantom 4 da vorstelle, ja, der ist noch ein bisschen höher, aber von den Abmaßungen in der Seite oder Abmessungen seitlich ist der Unterschied schon nicht mehr ganz so groß. Beide Copter haben ein Quick Release System. Ich klappe die Arme jetzt hier einfach einmal schnell wieder auf, damit ihr seht, wie das Ganze funktioniert. Beide Copter haben ein Quick Release System. Das heißt, wenn ich hier einmal auf diesen Mitteldrücker draufdrücke und am Propeller drehe, dann muss ich hier in die richtige Richtung drehen, dann kann ich den einmal abnehmen und genauso wird er dann auch wieder aufgesetzt. Zack, das war's. Ja, und genauso praktisch und genauso schnell geht das auch am Phantom. Einfach hier einmal draufdrehen, abnehmen und das war's. Und genauso eben auch entsprechend wieder aufsetzen. Also von daher Unterschiede in der Größe, ganz klar, der ist etwas kompakter. Reden wir über das Gewicht, denn auch das ist natürlich, wenn ich ihn transportieren möchte, eine wichtige Frage. 1380 Gramm wiegt der Phantom 4 inklusive Akku und Micro SD-Karte. Ja, kleiner Scherz, die wiegt nicht so wahnsinnig viel. Und der Typhoon H von UNIQ bringt 1800 Gramm inklusive Akku und Micro SD-Karte auf. Die Waage ist also rund 400 Gramm schwerer als der DJI Phantom 4. Ja, das sind erstmal so die äußerlichen Unterschiede. Kommen wir einmal jetzt zu dem Punkt Fernsteuerung. Denn das ist so ein Punkt, da unterscheiden sich beide Kopter ganz klar und ganz eklatant. Das ist wirklich ein Punkt, wo man sagen muss, ja, da gibt es einmal die Fernsteuerung vom Phantom 4. Die sieht dann einmal so aus. Das heißt, wir haben hier in der Mitte eine Halterung, wo dann ein Mobilgerät, ein Smartphone, iPad oder ähnliches reinkommt. Wir haben natürlich hier die Steuerknüppel, ein Aus-Taste, Return to Home-Taste ist hier. Hinten sind dann die Antennen und hier einmal der USB-Anschluss, verschiedene Einstellräder hier an der Seite. Relativ kompakte Fernsteuerung, aber und darüber muss man sich auch im Klaren sein, um den Phantom 4 fliegen zu können, benötigt man in jedem Fall noch einen Smart-Device. Das heißt, ich brauche entweder von Apple einen iPhone, iPad Mini oder iPad R12 oder entsprechend einen Android-Device, um diesen Kopter steuern und fliegen zu können. Das heißt, sowas hier, das ist jetzt das iPad Mini, kommt in jedem Fall bei der Anschaffung noch dazu, wenn man es natürlich nicht schon hat, aber das sollte man in jedem Fall berücksichtigen, um den Kopter zu fliegen und vor allen Dingen alle Einstellungen machen zu können, benötige ich definitiv noch einen Smart-Device, der eben bei der Anschaffung mit berücksichtigt werden muss beim Preis. Ganz anders sieht das beim Unic aus und bei der Fernsteuerung des Unics. Wenn wir uns die einmal angucken, dann sehen wir, dass hier ein Monitor schon dabei ist. Das heißt, wir haben hier schon den Monitor dabei, spiegelt jetzt ein bisschen, ich glaube, so ist es etwas besser zu erkennen. Genau, wir haben hier schon den Monitor dabei. Das heißt, wir brauchen hier nicht zwingend noch ein zusätzliches Gerät, sondern können den Kopter so, wie er geliefert wird, sofort fliegen und haben schon einen Bildschirm, einen Monitor eben entsprechend dabei. Das ist natürlich eine Kostenfrage und jetzt sind wir auch schon bei den Kosten, die wir jetzt auch gegenüberstellen wollen. Wir liegen hier einmal beim Munich Typhoon H in dieser Ausstattung bei 1399 Euro, also knapp 1400 Euro und beim DJI Phantom 4 liegen wir bei 1599, also 1600 Euro. Ja, und das ist ein kleiner Unterschied, der ist nicht riesig, 200 Euro immerhin, aber wie gesagt, zu den 200 Euro muss man gegebenenfalls, wenn man es nicht noch hat, wenn man es nicht schon hat, einen entsprechenden Smart Device dazu addieren, sodass wir da also dann doch schon deutlich teurer kommen. Von der Fernsteuerung her selber, auch die bietet eine ganze Menge Einstellmöglichkeiten. Das heißt, wir haben hier eine ganze Menge Knöpfe, von denen man wissen sollte, was sie denn dann bedeuten. Das habe ich ja in meinem Zusammenbau-Video entsprechend vorgestellt, welche Bedeutung die Knöpfe haben. Beim ersten Flug, den wir jetzt in den nächsten Tagen machen, werde ich das natürlich auch nochmal machen. Wir haben hier an der Seite dann nochmal entsprechende Einstellrädchen für verschiedene Funktionen, also doch ein paar mehr Tasten und ein paar mehr Funktionen, die hier auf dieser Fernsteuerung drauf sind. Aber einen ganz großen Pluspunkt hat diese Fernsteuerung und das ist, wenn wir hier einmal auf die Rückseite der Fernsteuerung gucken, das ist hier an dieser Stelle, da haben wir den HDMI-Ausgang. Das heißt, wir können an diese Fernsteuerung noch einen zusätzlichen externen Monitor anschließen, auf dem wir ganz hell und klar das Bild sehen können. Das ist bei der Phantom 4 Fernsteuerung im Prinzip auch möglich, allerdings nicht in der Serienausstattung. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier in der Serie das einmal angucken, dann sehen wir, dass wir hier den USB-Ausgang haben, dann hier noch einen Mini-USB, der ohne Bedeutung hat. Aber hier fehlt ganz klar der HDMI-Ausgang. Es gibt die Möglichkeit, dieses Board hier, ihr seht, das ist hier mit vier Schrauben befestigt, dieses Board auszutauschen und dort ein anderes Board einzusetzen, das dann einen HDMI-Ausgang hat. Also, das kann ich hier nachrüsten, kostet aber auch nochmal etwas über 100 Euro. 109 Euro, glaube ich, ist der Preispunkt, den dieses HDMI-Board kostet. Also, die etwas bessere All-in-One-Lösung, mit der ich sofort starten kann, die bietet hier UNIQ. Beim DJI muss ich da auf jeden Fall nochmal etwas nachrüsten oder zukaufen, je nachdem. Kommen wir dann einmal zu dem Thema Akku. Beim Thema Akku ist es inzwischen so, dass beide Hersteller, also sowohl UNIQ als auch DJI, auf sogenannte proprietäre Akkus setzen. Das heißt, beide Akkusysteme sind entsprechend von den Herstellern so konfektioniert. Das heißt, ich habe hier keine Möglichkeit, Standard-Lithium-Polymer-Akkus zu verwenden, sondern ich bin darauf angewiesen, jeweils die Akkus der Hersteller zu verwenden. Beide Akkus sind 4S-Akkus. Ich kann das hier gerne einmal in der anderen Kamera zeigen. Hier sieht man das. Das ist also einmal ein 4S-Akku und der hat eine Leistung von, wo steht es hier genau drauf, 5400 mAh und auch der Phantom 4-Akku, da steht das Ganze hier etwas kleiner, auch ein 4S-Akku. Der hat eine Leistung von 5.350 mAh, also nicht nennenswert geringere Leistung. Wie sich das in der Flugleistung oder Flugzeit auswirkt, das werde ich natürlich später noch genau testen. Der Phantom 4 ist leichter, der UNIQ ist etwas schwerer, von daher schätze ich, dass der Phantom ein kleines bisschen länger fliegen wird. Von dem Laden her, also von den Anschlüssen, wie geladen wird, auch da haben beide proprietäre Anschlüsse. Wir haben einmal hier auf der Rückseite des Phantom-Akkus diese Anschlussleiste und da kommt dann eben entsprechend dieser Stecker rein, wird einfach hinten eingesteckt, also ganz einfach, man kann den auch nicht verpolen und das war's. So funktioniert das Laden. Auf der Vorderseite wird uns dann durch diese grünen LEDs gezeigt, dass der Akku lädt und wenn die grünen LEDs aus sind, sehen wir, dass der Akku voll ist. Gleichzeitig sind diese grünen LEDs dann auch eine Kontrolle, das heißt, ich kann, bevor ich den Akku einlege, da einmal kurz auf den Knopf draufdrücken und sehe dann, wie vollgeladen mein Akku ist und habe also so immer die Möglichkeit, vor dem Start dann zu kontrollieren, ob ich auch wirklich einen vollen Akku einlege. Beim Unix sieht das ein kleines bisschen anders aus. Wir haben hier, ich hole das hier einmal rüber, weil hier steckt der Akku schon drin, wir haben hier ein solches Ladegerät, in den wird der Akku reingesteckt. Auch hier selbstverständlich, auch hier selbstverständlich auf der Rückseite, ein proprietären Anschluss, das heißt also ein System, das nur dann auch in dieses Ladegerät reinpasst, ist aber letztendlich auch ganz einfach, einfach einmal rein in das Ladegerät und das war's. Und auf der Rückseite des Ladegerätes, hier werden mir dann mit verschiedenen Leuchtdioden angezeigt, welchen Ladezustand der Akku hat. Was ich nicht erkennen kann vor dem Einlegen ist, ob ich einen vollen oder leeren Akku in der Hand halte, das heißt, ich habe hier keine Möglichkeit, irgendwo einen Knopf zu drücken oder in irgendeiner Form zu kontrollieren, ob dieser Akku vollgeladen ist, da er eben auch entsprechend solche Anschlüsse hat, wo ich keinen Lipo-Piper oder Lipo-Tester anschließen kann, muss ich mir im Moment ein anderes System überlegen. Ich habe das schon in einem anderen Video mal empfohlen, für die normalen Lithium-Polymer-Akkus, die diese Möglichkeit eben auch nicht haben. Ich wickele da einfach ein ganz normales Haushaltsgummi drum, wenn der Akku vollgeladen ist, dann weiß ich, der ist geladen, reiß das Gummi ab, wenn ich es in den Ladeschacht oder in den Schacht des Kopters einlege, Gummi ist weg, hole den Akku raus, kein Gummi dran, das heißt, der Akku ist leer. Selbst wenn ich das mal verwechseln sollte, es kann nichts passieren, denn wenn ein Akku vollgeladen ist und das Gummi ist runtergefallen, passiert nichts. Umgekehrt wäre es so, dass ich dann einen leeren Akku einlegen würde. Also hier im Moment keine Kontrolle, die Kontrolle geschieht dann erst beim Einschalten des Kopters, das heißt also erst, wenn ich den Kopter einschalte und dann in der App gucke, da sehe ich dann erst, ob ich auch tatsächlich einen vollgeladenen Akku eingelegt habe. Aber vielleicht gibt es ja später noch einen Lipo-Tester, den ich hier anschließen kann, um dann zu checken, ob dieser Akku auch tatsächlich vollgeladen wird oder vollgeladen ist. Ich bin sicher, da wird noch einiges an Zubehör kommen. Der Unique ist ja nun auch erst seit kurzer Zeit auf dem Markt, also von daher wird da sicherlich noch einiges an Zubehör kommen. Das waren also einmal die Akkus, ähnliche Leistung, ähnliches System. Vom Preis her, der DJI Akku ist ein kleines bisschen teurer, 169 Euro. Der Unique Akku aktuell 129 Euro, also ein kleines bisschen günstiger. Von daher hat hier der Unique einen kleinen Vorteil. Einlegen der Akkus geht bei beiden Koptern ähnlich einfach. Ich habe hier auf der Rückseite meinen Akkuschacht, da kommt der Akku rein. Man kann das auch weder verdrehen noch sonst was, sondern einfach reinschieben, einschnappen lassen und das war's. Ja und letztendlich genau das Gleiche ist hier auch beim Unique. Wir haben hier hinten einmal den Schacht und auch da kann der Akku nur in eine bestimmte Art und Weise rein, nämlich so und dann bis Anschlag einschnappen lassen und das war's. Wenn wir uns den Unique angucken, dann sehen wir, dass der ein relativ großes Landegestell hat und dieses große Landegestell lässt sich einfahren. Das heißt, wir können einmal die Beine im Flug nach oben klappen. Das hat auch einen ganz speziellen Grund, warum das wichtig und sinnvoll ist. Denn, und jetzt sind wir beim nächsten Punkt, nämlich den Kameras und den Gimbals. Wenn wir die einmal vergleichen, ich nehme hier einmal den Schutz von dem Typhoon H ab. Wenn wir die einmal vergleichen, dann sehen wir, dass beide Kameras sind natürlich 4K-Kameras. Das ist inzwischen Standard, aber wir sehen beim Typhoon H, die Kamera lässt sich hier um 360 Grad endlos drehen, hat also auch keinen Anschlag, wie zum Beispiel beim DJI Inspire 1, wo wir 330 Grad in jede Richtung drehen können, sondern diese Kamera ist komplett frei drehbar. Ja und da ist natürlich logisch, wir möchten da natürlich nicht das Landegestell im Bild haben bei Kameradrehungen und deswegen lässt sich das Landegestell nach oben klappen. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das sieht schon ziemlich geil aus im Flug und das macht ordentlich was her. Wenn der Kopter dann in der Luft ist, er ist eben ein bisschen größer, ein bisschen wuchtiger, macht einfach mehr her mit den 6 Rotoren und da muss man einfach sagen, Ja, der Phantom 4 ist nett, aber der Typhoon H, der macht in der Luft einfach das bessere Bild. Ja und nicht zuletzt ist es so, wenn man irgendwo zu einem Auftrag hinkommt, wo man was fliegen soll, kann es einem im Phantom 4 schon mal passieren, dass der Auftraggeber dann so runterguckt, etwas abschätzig und sagt, ach ja, den Kopter hat mein Sohn auch. Ist dann nicht so das ganz clevere Entree, das wird einem dann beim Typhoon H eher nicht passieren. Also von daher hochklappbares Landegestell und eine um 360 Grad drehbare Kamera. Vergleichen wir das einmal dann hier mit dem Phantom 4. Auch hier wird der Gimbalschutz relativ einfach abgenommen. Einfach nach unten wegklicken, einmal runternehmen und das war's. Ja und die Kamera, die ist fest montiert. Wer jetzt sagt, ja aber du kannst sie doch tatsächlich ein bisschen drehen. Ja natürlich, ein kleines bisschen drehen lässt sich die Kamera. Das liegt daran, wenn wir mit dem Kopter Kurven fliegen, dann soll die Kamera ja weich folgen. Das heißt, die ist also so aufgehängt, dass sie hier, ja ich glaube so etwa 30 Grad, knapp 30 Grad nach links und rechts ausgleichen kann und damit eben einen weichen Kurvenflug ermöglicht, respektive nicht einen weichen Kurvenflug, sondern ein weiches Folgen der Kamera ermöglicht. Noch ein paar Fakten zu den beiden Kameras. Beide Kamera haben 12 Megapixel Auflösung, beide haben einen 1, 2 Drittel Zoll Sensor. Das heißt also, haben hier die gleiche Sensorgröße, die gleiche Sensortechnologie. Ob es die gleichen Sensoren sind, glaube ich nicht. Aber es sind wohl ähnliche Sensoren von der Machart, denn die Qualität, wenn man die Ergebnisse vergleicht, sind sehr, sehr, sehr ähnlich. Ich werde dazu auch nochmal einen Vergleich machen, ein extra Video etwas später machen und anhand von einem Testchart, was ich dann aufnehme, nochmal zeigen, wie die Bildqualität sich unterscheidet. Kann es aber jetzt schon sagen, die Bildqualität beider Kameras ist extrem ähnlich, was die Randverzeichnung anbelangt, was die Krümmung anbelangt, was die Auflösung, also sprich die Detailwiedergabe anbelangt, da sind die beiden Kameras sehr, sehr nah beieinander. Ich persönlich muss sagen, kann da keinen Vorteil für die eine oder für die andere Kamera erkennen. Also von daher, das ist ein Punkt, der sehr, sehr ähnlich ist bei beiden Modellen. Wie gesagt, 12 Megapixel, beide 4K-Kameras. Ein kleiner Unterschied ist, und zwar ist das der sogenannte Field of View. Was ist der Field of View? Das ist der Blickwinkel, das heißt also die Brennweite der Kamera. Und wenn wir hier einmal ganz genau drauf gucken, da steht es noch drauf. Und da sieht man, dass die Kamera ein 20mm Objektiv hat mit 94 Grad Field of View. Das heißt also, der Blickwinkel sind 94 Grad, fast ein rechter Winkel. Ja, und wenn wir das dann einmal vergleichen mit dem UNIQ-H, hier steht es, glaube ich, nirgendwo drauf. Nein, hier steht es nirgendwo drauf. Aber die Kamera des UNIQ-H, wie gesagt, ist auch eine 4K-Kamera, hat eine Brennweite von 14 Millimeter. Brennweite 14 Millimeter und damit einen etwas größeren Blickwinkel von 114 Grad. Das heißt, das Objektiv ist etwas weitwinkliger, man bekommt ein kleines bisschen mehr drauf. Was man da nun persönlich als Vorteil ansieht, das muss jeder selbst entscheiden. Das ist schwierig zu sagen. Der eine mag es gerne etwas weitwinkliger, der andere mag gerne etwas den engeren Bildausschnitt. Das muss jeder für sich selber entscheiden, was ihm da besser gefällt. Also, wie gesagt, der UNIQ hat einen etwas größeren Blickwinkel, ist etwas weitwinkliger als die DJI Phantom 4. Ansonsten, was die Auflösungen im Videobereich anbelangt, sind sich beide Kameras auch sehr ähnlich. Da gibt es auch kaum nennenswerte Unterschiede. Beide haben eine Slow-Motion-Funktion mit 120 Bildern pro Sekunde. Die Auflösungen sind auch ähnlich, was die 4K, die Full-HD-Auflösung anbelangt. Also, da sind auch keine Unterschiede, wo ich sagen würde, wow, da lohnt es sich also eher auf die Phantom oder eher auf die UNIQ zu gehen. Wie gesagt, da sind die Unterschiede nicht wirklich sehr groß. Ein Punkt noch. Beide Kameras haben natürlich eine feste Blende, so wie wir das bei diesen kleinen Modellen immer haben. Das heißt, beide arbeiten mit einer festen Blende von 2.8. Sprich, wenn ich die Lichtmenge, die ins Objektiv einfällt, reduzieren möchte, kann ich das einmal über die Belichtungszeit machen, was bei der Fotografie relativ unproblematisch ist, aber beim Video zu Problemen führt, da ich da dann den sogenannten Staccato-Effekt bekomme oder auch Shattern genannt. Das heißt, da muss ich die Lichtmenge reduzieren. Für beide Copter gibt es ND-Filter-Vorsätze. Das heißt, ich habe bei beiden Coptern die Möglichkeit, ND-Filter zu verwenden und so den Lichteinfall zu reduzieren, um eben auf entsprechend lange Belichtungszeiten im Video zu kommen, um den Shatter-Effekt zu reduzieren. Also da auch beide Kameras keinen Vorteil oder keine der Kameras, die hier einen Vorteil hat. Beide Kameras nehmen sowohl in JPEG als auch in RAW auf. Hier muss man allerdings sagen, hat der UNIQ einen kleinen Nachteil, denn hier kann ich nicht gleichzeitig in RAW und JPEG aufnehmen. Das wiederum kann ich beim DJI Phantom 4. Hier habe ich die Möglichkeit zu sagen, in der Einstellung, in der DJI Go App kann ich hier sagen, dass ich hier sowohl ein RAW-Bild als auch ein JPEG-Bild gleichzeitig aufnehmen möchte. Noch ein Punkt, wo der DJI kleine Vorteile hat. Ich habe hier zusätzlich noch Möglichkeiten, in der Fotofunktion festzulegen, ob Serienaufnahmen gemacht werden sollen, HDR, Timeshots etc. Das heißt, ich habe ein paar mehr Möglichkeiten einzustellen, wie die Fotos aufgenommen werden sollen, ob als Serienfunktion, Serienbildfunktion, Einzelshot oder sonst was. Hier bietet der Phantom einfach ein kleines bisschen mehr Möglichkeiten insgesamt, was die Kameraeinstellungen anbelangt. Ansonsten kann ich bei beiden im Automatikmodus arbeiten oder im manuellen Modus, wo ich dann eben die ISO-Empfindlichkeit und die Belichtungszeit manuell einstelle. Auch das ist bei beiden Coptern identisch. Also auch hier kein nennenswerter Vorteil für einen der beiden Modelle. Wenn wir einmal schauen, welche zusätzlichen Funktionen die Copter noch haben, dann gibt es einmal die Option oder eine zusätzliche Funktion auf der Hardware-Seite. Und das ist, wenn wir uns hier vorne einmal den Phantom angucken, dann sehen wir hier diese beiden Löcher. Und das sind die beiden Löcher, wo die Sensorik für das Antikollisionssystem arbeitet. Das heißt also, der Copter ist mit einem Antikollisionssystem ausgestaltet, was aber nur nach vorne arbeitet. Das heißt also, nur in Flugrichtung arbeitet. Ja, der Typhoon H, der kann da auch nicht viel mehr bieten. Auch der hat ein Antikollisionssystem. Das sind hier vorne diese beiden Sensoren, die hier nach vorne arbeiten. Aber auch hier nur nach vorne. Erst später wird es eine Pro-Version geben. Wann die rauskommt, ist noch nicht klar. Ich rechne damit, dass das Ende Juni, Juli passieren wird. Und diese wird dann ausgestattet sein mit dem Intel RealSense-System, was in alle vier Richtungen arbeitet. Aber aktuell, beide Copter haben ein Antikollisionssystem. Beide Copter arbeiten mit dem Antikollisionssystem lediglich nach vorne. Das heißt also, auch hier kein nennenswerter Unterschied. Beide Systeme arbeiten nur bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit. Warum sage ich das? Weil wir beim Phantom 4 neben dem normalen Flugmodus noch den sogenannten Sportmodus haben. Da ist der Copter sehr, sehr schnell. Das heißt, bis zu 20 Meter pro Sekunde. Normalbetrieb 10 Meter pro Sekunde. Was in etwa der gleichen Geschwindigkeit entspricht, die auch der Typhoon H hat. Aber nur in dieser Geschwindigkeit, also 10 Meter pro Sekunde. Ich glaube, Typhoon H sind das dann 8 Meter oder 9 Meter pro Sekunde. Also ein Hauch langsamer. Nur in diesem Modus arbeitet auch das Antikollisionssystem. Möchte ich richtig Gas geben hier und gehe in den Sportmodus. Dann habe ich hier kein Antikollisionssystem, was mehr arbeitet. Also von daher, der ist etwas schneller als der Typhoon H, aber dann eben ohne Antikollisionssystem. Steiggeschwindigkeiten, auch hier minimaler Unterschied. Kleiner Vorteil hier für den Phantom 4 ist auch klar. Wir haben hier einen etwas leichteren Quadrokopter und hier ein etwas schwereres Modell. Von daher, hier müssen wir mehr Gewicht ziehen, hier etwas weniger. Deswegen haben wir hier eine leicht höhere Steigrate. Wenn wir beim Flugverhalten sind, da werde ich natürlich draußen noch ein bisschen was zu erzählen beim Fliegen. Aber beim Flugverhalten kann ich sagen, der Phantom 4 ist einen Hauch agiler oder wirkt einen Hauch agiler. Dafür der Typhoon H etwas ruhiger, etwas entspannter in der Luft. Ich finde, der liegt so ein kleines bisschen ruhiger, entspannter in der Luft. Gerade für Videoflüge finde ich das sehr angenehm, wie der in der Luft liegt. Und noch einen ganz großen Pluspunkt, zumindest empfinde ich das als großen Pluspunkt, das Fluggeräusch des Typhoon H ist angenehmer. Das hier ist so eine kleine, ja wie soll ich sagen, so eine kleine lästige Wespe, die da am Himmel surrt. Und das hier ist eher so die ruhige, angenehme Hummel, die so einen etwas ruhigeren Klang von sich gibt. Also von daher hat für mich der Typhoon H hier einen klaren Vorteil, was das Fluggeräusch anbelangt und ist damit vielleicht auch ein bisschen unauffälliger in der Luft. Wenn man denn dann Flüge macht, man fällt mit dem vielleicht nicht sofort auf, weil in der Entfernung ist er wirklich kaum noch zu hören und bietet ein sehr angenehmes Laufgeräusch. Das also einmal zu den Hardware-Funktionen oder zu den Ergänzungen. Kommen wir nun zur Ausstattung, was die Software anbelangt. Und da machen wir jetzt erstmal das oder vergleichen wir erstmal das, was in der Basis-Software drin enthalten ist. Hier ist es einmal die DJI Go App, mit der wir arbeiten. Und hier ist es eben einmal die App, die auf dem Android-Tablett, das ist ein Android-Tablett, auf dem die Software läuft, drauf ist. Wenn wir da die Vergleiche machen, dann sind wir da relativ ähnlich. Das heißt, wir haben bei beiden Coptern die Möglichkeiten, Wegpunkte abzufliegen. Wir haben bei beiden Coptern POI-Möglichkeiten, Point-of-Interest-Rundflüge zu machen. Das heißt also, hier haben wir ähnliche Funktionen. Beide Copter haben eine Follow-me- oder Watch-me-Funktion. Phantom 4 hat einen kleinen Vorteil, weil er hat eine sogenannte Objekterkennung. Das heißt, ich kann ein Objekt markieren und dann fliegt der Copter dem Objekt hinterher. Das habe ich hier beim Typhoon H nicht. Hier kann ich aber mir selber mit der Fun-Steuerung hinterherlaufen. Und das kann ich ein kleines bisschen praktischer machen, nämlich mit dem sogenannten Wizard. Ich kann sozusagen den Wizard nehmen und den einmal mir an den Arm dran machen und dann folgt der Copter hier dem Wizard. Dieser liegt den Erstauslieferungen dabei. Das hatte ich schon in meinem anderen Video erklärt. Also von daher, das ist so ein kleines Gimmick, was die Ersten, die jetzt den Typhoon H bestellt haben, mitgeliefert bekommen. Ich sage das deswegen extra so ein kleines bisschen zurückhalten, weil er später nicht mehr dabei sein wird. Er muss später dazu gekauft werden, bietet aber eben diese zusätzliche Möglichkeit. Also von daher bietet der DJI Phantom 4 ein paar Möglichkeiten mehr in Richtung automatisierte Flüge, in Richtung, ich will nicht sagen Gimmicks, aber in diese Richtung. Ein wichtiger Unterschied und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich so ein kleines bisschen, wie soll ich das jetzt sagen, ich will nicht sagen enttäuscht, aber ein Punkt, wo ich sage, das kann ich nicht so recht nachvollziehen. Ein ganz wichtiger Punkt ist die Return-to-Home-Funktion. Beide Copter sind mit dieser Return-to-Home-Funktion ausgestattet. Das heißt, ich kann dem Copter sagen, komm bitte zu meinem Startpunkt zurückgeflogen. Das kann in verschiedenen Szenarien sein. Das kann einmal sein, wenn ich es manuell auslöse und sage, so mach das bitte jetzt manuell. Das kann sein, weil der Akku leer ist. Das kann sein, weil die Verbindung zur Fernsteuerung nicht mehr vorhanden ist. Also wir haben verschiedene Szenarien, warum der Copter zu mir zurückkommen soll. Beim Phantom 4 habe ich die Möglichkeit, die Rückflughöhe, also die Return-to-Home-Flughöhe, individuell einzustellen. Das heißt, wenn ich irgendwo fliege, wo hohe Bäume sind, dann kann ich sagen, bitte wähle eine Höhe von 40 Meter. Copter würde dann auf 40 Meter hochsteigen, zu mir zurückfliegen, vor mir landen. Das heißt, er würde also über die Bäume einmal oben drüber fliegen. Wer diese Höhe richtig einstellt, hat die Gewissheit, dass selbst wenn ich hinter Gebäude fliege, hinter Bäume fliege, dass der Copter definitiv zu mir zurückkommt und nicht einen Return-to-Baum macht, sondern einen Return-to-Home macht und sicher bei mir landet. Genau das fehlt leider dem Typhoon H. Er hat eine Return-to-Home-Höhe, aber die ist festgelegt auf 10 Meter. Ich habe hier keine Möglichkeit, manuell einzugreifen und zu sagen, bitte verändere diese Return-to-Home-Höhe auf einen entsprechend höheren Wert, sodass der Copter erst hochsteigt, sondern diese Höhe ist auf 10 Meter festgelegt. Ich hoffe, dass es später in der GUI, also in der Benutzeroberfläche, die auf dem PC läuft, wo ich dann noch individuelle Einstellungen machen kann, ich hoffe, dass sich diese Return-to-Home-Höhe über die GUI zumindest verändern lässt. In der Software selber oder Firmware auf dem Tablet lässt sie sich aktuell nicht verändern. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass UNIQ das so macht, dass wir die Möglichkeit bekommen, diese Höhe dann über die Benutzeroberfläche auf dem Computer entsprechend anzupassen. Denn in meinen Augen eine absolut wichtige Funktion, damit der Copter auch tatsächlich zu mir zurückkommt. Ja, ich weiß, einige werden sagen, ja, aber Moment, so heißt ja das Antikollisionssystem, wenn der Richtung Baum fliegt, dann bleibt er da stehen oder versucht, den Baum zu umfliegen. Ja, das ist völlig richtig, aber es gibt eben auch Hindernisse, die auch dieses System nicht erkennen, wer Hochspannungsleitungen oder ähnliches. Und da muss ich einfach sagen, habe ich persönlich das sicherere Gefühl, wenn der Copter auf eine Höhe hochsteigt, 40, 50 Meter und dann zu mir zurückkommt und landet und nicht in 10 Metern zurückfliegt. Also von daher, das ist ein Punkt, wo ich beim Phantom 4 auf jeden Fall einen kleinen Vorteil sehe. Ein weiterer Punkt ist, und da unterscheiden sich beide Copter, ein weiterer Punkt ist mit Zusatzsoftware. Das heißt, was gibt es an zusätzlicher Software, die ich für meinen Copter nutzen kann? Und da muss man ganz klar sagen, da ist der DJI Phantom 4 im Vorteil. Ich habe hier diverse Apps, die ich zusätzlich nutzen kann. Ich habe diverse Möglichkeiten hier mit Zusatz-Apps wie Autopilot, Litchi, DronePan, Pix4D etc. pp. zusätzliche Funktionen des Copters zu nutzen, Wegpunktflüge in großen Dimensionen, also nicht nur in den kleinen, wie es jeweils in den Apps vorgegeben ist und, und, und. Ich habe da also deutlich mehr Möglichkeiten, was zu machen. Ich weiß, viele sagen, brauche ich nicht, ist völlig in Ordnung, finde ich auch völlig gut, dass Leute sagen, interessiert mich nicht, ich möchte nur gut fliegen, gute Aufnahmen machen, ruhig fliegen. Und da muss man klar sagen, Typhoon H ist da die perfekte Wahl dafür, weil er eben ein bisschen ruhiger in der Luft fliegt, größer ist und einfach vom Flugverhalten angenehmer ist. Das heißt, alle, die sagen, diese Gimmicks brauche ich nicht und ich will mich mit dem ganzen Mist auch gar nicht beschäftigen und autonomes Fliegen an sich ist mir sowieso spooky. Wunderbar, Typhoon H. Wer aber sagt, ich brauche das, ich möchte das, ich muss das haben, weil ich irgendwelche Suchvorgänge, Felder abfliegen möchte oder, oder, oder ganz bestimmte Sachen machen möchte, da muss ich sagen, da hat der Phantom 4 einfach mehr Möglichkeiten und einfach mehr zusätzliche Apps, die mir hier mehr Möglichkeiten bieten, damit zu arbeiten und eben entsprechende Funktionen zu nutzen. Ja, das sind so die wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden Koptern, zwischen dem DJI Phantom 4 und dem Unique Typhoon H. Es gibt noch einige mehr Punkte, die da, wo man jetzt noch detailliert drauf eingehen kann, aber wie gesagt, das ist erstmal so im Großen und Ganzen die für mich wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden Koptern. Ja, und ihr seht schon, die Frage, welcher ist jetzt der richtige für mich, die lässt sich ganz schwer beantworten, das kann man ganz schwer sagen, denn ich persönlich, ich finde einfach einen Hexakopter, der ein bisschen was hermacht, der zusätzlich noch die Ausfallsicherheit hat, wenn ein Propeller ausfällt, der fliegt auch noch mit 5 weiter und stürzt nicht ab. Ich finde das einfach ein bisschen größer, sieht einfach imposanter aus am Himmel, macht einfach mehr her, muss man ganz klar sagen, mit dem Klappgestell, mit der 360-Grad-Kamera, alles das sind Punkte, wo ich sage, zack, das ist hier für mich so ein bisschen, ja, die Show-Nummer, wo ich auch gerne ein bisschen mit angeben kann. Phantom 4 ist, ja, nett, aber eben kleiner, weiß, unauffälliger, bisschen lauter, hat aber dafür einfach mehr Möglichkeiten, wenn es um die Steuerung geht, wenn es um Zusatz-App geht, wenn es um Waypoints geht. Ich bin ein Technik-Freak, ich bin jemand, der gerne bastelt. Wir machen ja auch die Autopilot-Workshops für DJI und da ist einfach hier mehr Bastelpotenzial. Und deswegen fliege ich natürlich auch beide Copter. Ich fliege sowohl den H als auch den Vierer, weil es mir einfach Spaß macht und ich für die verschiedenen Einsatzbereiche eben mal den einen Copter nutze und mal den anderen Copter nutze und mit beiden super gerne fliege und mit beiden einfach ganz viel Spaß und ganz viel Freude habe. Wer etwas weniger Geld ausgeben möchte, muss man auch ganz klar sagen, da ist der Typhoon H die richtigere Wahl, weil ich da natürlich eine wirklich tolle All-in-One-Lösung bekomme mit der Fernsteuerung, mit dem eingebauten Monitor schon drin. Das heißt, ich muss hier nicht noch irgendwelche zusätzlichen Sachen dazu kaufen. Ich muss mir hier nicht noch ein Tablett dazu kaufen. Das muss ich hier eben machen. Ich kann ja auch noch mal zeigen, wie das dann aussieht, wenn das da oben reinkommt. So sieht das Ganze dann aus. Das heißt, man hat also dann hier einmal die beiden Fernsteuerungen jetzt nebeneinander stehen. So sieht das Ganze aus. Kommt dann hier noch ein entsprechendes Kabel dran. Und das sind so die beiden Unterschiede. Wie gesagt, ich persönlich, wenn ich mich zu entscheiden hätte, ich könnte es nicht sagen. Ich könnte nicht sagen, kauf den oder kauf den. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es beim Unique, obwohl sie das Android-Betriebssystem ja haben, eben nicht die Möglichkeit gibt, eine App wie Litchi zu nutzen, die ja auch auf Android läuft. Hier hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass Unique sagt, Mensch, es gibt eine tolle App und diese App versuchen wir zu integrieren oder versuchen eine Schnittstelle zu schaffen, damit eben auch hier auf dem Typhoon H die Möglichkeit besteht, diese Funktion zu nutzen. Aber wer weiß, wenn die Anfragen aus dem Markt da sind und wenn die Nutzer sagen, Mensch, wir wollen das, vielleicht entschließt sich Unique ja doch dazu und sagt, ja, wir machen das, wir werden das integrieren und wir werden diese Funktion dann eben auch hier in den Typhoon H integrieren. Also, das soll es gewesen sein, die Vorstellung oder der Vergleich zwischen den beiden Coptern Typhoon H und Phantom 4. Wie das Rennen ausgeht, ich finde, es ist ein Unentschieden. Ich finde, es gibt keinen klaren Gewinner und erst recht und das ist völlig klar, keinen Verlierer. Den gibt es natürlich definitiv nicht. Beide Copter sind Gewinner, beide Copter machen super viel Spaß zu fliegen und beide Copter sind ganz toll in der Luft. Mitnehmen kann man sie auch, sie sind beide transportabel, das heißt, ich kann sie auf Reisen mitnehmen, beim Wandern mitnehmen und, und, und. An tolle, interessante, spannende Orte, wo ich dann eben auch entsprechend super Aufnahmen mit beiden Coptern machen kann. Einen Punkt haben wir noch, wer den Wizard hier benutzt und den Wizard hat, der hat die Möglichkeit, eine Zweimannsteuerung zu machen, das heißt, mit dem Wizard fliegen und mit der großen Fernsteuerung die Kamera steuern. Das gibt es natürlich beim Phantom 4 nicht, denn ich kann die Kamera nicht drehen, ich habe da keine Möglichkeit, die Kamera zu steuern. Das noch als letztes Schlusswort. Preis hatte ich schon gesagt, 15,99, 13,99, Akkus 169, 129 Euro, ansonsten für beide ND-Filter, Zubehör und, 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 12 Megapixel Kamera, beide gleicher Sensor, etc. keine wesentlichen Unterschiede. Also, ihr seht, beide Copter machen richtig Spaß. Ja, und wer einen von den beiden haben will, darf sich gerne bei mir melden. Wir verkaufen beide Modelle, wir beraten, wir schulen, das ist das Copter College in Tornesch-Arenlohe, wo wir unsere Workshops machen. Ja, und natürlich auch beide Copter schulen. Ihr seht, ich kenne sie beide sehr gut, ich kann euch für beide Tipps und Tricks geben, ich kann euch beide in- und auswendig erklären und alles dazu sagen, damit ihr mit beiden Coptern richtig viel Spaß beim Fliegen habt. Das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, es hat euch ein klein wenig Spaß gemacht und vor allen Dingen hoffe ich natürlich, es hat euch weitergebracht bei eurer Entscheidung, welcher Copter denn nun der richtige für euch sein soll. Ich würde mich freuen, wenn ihr mein Video hier unten einmal liked und natürlich meinen Kanal abonniert. Ja, und noch mehr würde ich mich freuen, wenn ich einen von euch dann auch mal im Copter College in Tornesch-Arenloh auf dem Flugplatz sehen würde und wir gemeinsam ein paar Runden dort drehen. Das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und wie immer Tschüss und Moin Moin.